Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga. Wir gehen wieder rein in die Rache der Sith in Kapitel 3, General Grievous. Let's Fats. Episode 3, die Rache der Sith. Kapitel 3, General Grievous. Kapitel 3, General Grievous. Kapitel 3, General Grievous. Wir nehmen jetzt erstmal ein Minikit, das ich da sehe. Kabooms. Booms! Oh je. Und rüber mit uns. Aber ich schaue mir jetzt erstmal noch diese Plattform hier an. Da liegt doch bestimmt auch noch ein bisschen Geld rum. Gut, da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht rüber. Nein, sieht nicht so aus. Da brüchte ich A2 zum rüberfliegen. Na gut. Na gut. Oh, Baller. Haha, Fail. Ich sollte langsam mal laufen. Gut, aber Minikit ist jetzt relativ uninteressant für uns. Ich kann ihn mit dem Helm verdrehen. Haha, auch nicht schlecht. Komme ich da hoch? Anscheinend ja. Aber wenn wir schon hier sind... Aber wenn wir schon hier sind... Ah, ja, klar. Wop. Klar, da kommen wir nicht rüber. Ob da diesmal ein wahrer Jedi drin ist, kann ich tatsächlich nicht einschätzen. Ich vermute aber irgendwie nein. Weil auch hier komme ich nicht hoch. Hm. Ach komm. Was soll's. So, Obi-Wan, gucken wir, wie er herkommt. Wir rennen jetzt mal hier rüber. Hallo, Obi-Wan. Nein, ein wahrer Jedi wird also nicht drin sein. Oder doch? Äh. Waren wir da schon, wo der jetzt ist? Wir werden sehen. Nicht runterfallen diesmal. Und zack. Hüpf, 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 hüpf. Ah, verstehe. Nein, da waren wir also noch nicht. Hey, Minikit. Sehr schön. Booms. Ich würde ja gern dahinter gehen. Ich würde ja gern dahinter gehen. Aber ich komme da leider nicht hinter. Haha, scheiße. Nee, egal. Dann machen wir General Rebus jetzt platt. Booms. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Kommando Cody. Sehr schön. Alter 92%. Das wummt mich jetzt. Das wummt mich jetzt. Naja, sei's drum. Okay. Das wummt mich jetzt. Ja, das war dann jetzt eine kürze Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.